Oh yeah, Leute! Mit neuer Scrolling-Taktik werden wir nun die Moorhune! Die Moorhune, genau! Werden wir die Moorhune erledigen! Einer nach anderem! Hinten da ist einer, hier vorne sind zwei und dann guck ich mal! Da oben auch einer! So! Windmühle kaputt! So wie die ist aufs Zahnrad! Aber was ist... warum er verschickt? Alter! Da oben... Und hier... Und da ist auch Huhn! Wo ist noch mehr Huhn? Da ist Huhn! Hier ist Huhn! Überall ein Huhn-Huhn! Ah! Und da... Oh cool, wie viele auf einmal! Ich meine, ich muss hier in der Rolle bleiben! So! Ja! Krass! So! Jetzt... Was ist das? Und noch einer! Und noch einer! So viele Hühner im Hintergrund! Wunderbar! Okay! Denn... Denn... Und denn... Und denn... Und denn... Und denn... Aber ich bin heute sehr draufsicher! So! Zack! Und zack! Und das auch! So! Und das! Das! Und schon gute Punktzahl bis hierher! Wie viel werden wir wohl schaffen? Schaffe ich über 800 oder nicht? Ich bin gespannt! Und... Da oben ist Huhn! Hier neben ist andere Huhn! So! Und da ist noch mehr Huhn im Hintergrund! So viel Hühner im Hintergrund! Oh! So viele! Oh! Über 800! Ich bin über 800! Nicht schlecht! Und... Martin! Und... Oh! Ja! Zählt er noch? Zählt er noch? Oh! Cool! Eine neue persönliche Bestleistung! Na? Matze? Moritz? Spürt ihr schon meinen eiskalten Atem in eurem Nacken? Ja, das Moorhuhn wird euch zur Verzweiflung bringen, wenn ich erstmal euren Rekord geschlagen habe! Ha ha ha! Oh! Ava!